Seit meiner Geburt lebe ich mitten in Plastik. Mein Großvater war in den 60er Jahren Geschäftsführer der deutschen Interplastikwerke. Plastik ist schön. Plastik ist praktisch. Plastik ist praktisch überall. Es gibt heute schon sechs mal mehr Plastik als Plankton im Meer. Fische halten das Plastik für Plankton und fressen es bis sie satt sind. Sie verenden mit vollem Magen. Jährlich werden 240 Millionen Tonnen Plastik produziert. Schwermetalle, vor allem Quecksilber war zu finden. Das heißt der Planet ist ziemlich giftig. Der Planet ist eigentlich als minderwertig und giftig einzustufen. Auch in unserem Blut schwindet Plastik. In the fluid part of the blood you have measurable levels of Bisphenol A. The amount that you have in your body is enough to reduce the amount of sperm that is made in the testes by about 40 percent. We eat it. We drink it. We get it passed through our skin. Wussten Sie, dass sich die Industrie weigert, gefährliche Stoffe aus dem Markt zu nehmen? Stop. Stop. Kunststofferzeugt grebt. Sie bekommen große Brüste. Try to concentrate on the Plastik in your breasts. How does it feel? Das ist ein Teil von mir. Und das ist alles die Plastik in meinem Haus.